So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Es ist Dienstag, der 11.07.2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen auf Gold, wo wir just in diesem Moment gerade genau jetzt einen potenziellen Ausbruch zu sehen bekommen über das Ausbruchniveau, welches wir vergangene Woche schon zum Thema gemacht hatten, auf die Non-Farm-Payrolls als Gameplan bzw. auf die ADP-Zahlen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an dieser Stelle daran und was wir eben zu sehen bekommen wollen, ich muss gestehen, gefällt mir gerade nicht so sehr, weil wir haben heute einen verhältnismäßig dünnen Wirtschaftsdatenkalender. Der wirkliche Impulsgebung, der vielleicht auch der Grund dafür ist, weswegen wir uns aktuell so ein wenig auch in Equities zieren zum Beispiel, gestern eine sehr, sehr choppige Action zum Beispiel im Nasdaq zu sehen bekommen haben. Der Grund dafür, der findet sich potenziell in dem Umstand, dass erst morgen die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden. Die werden erwartet mit 3,1%. Da werfen wir gleich auch noch vielleicht einen Blick drauf und skizzieren vielleicht auch ein mögliches Bild, was dann da für Gold beginnen könnte, eine Rolle zu spielen. Aber zunächst einmal, jetzt haben wir einen Versuch jedenfalls, die 1935 zurückzuerobern und dann schauen wir mal, ob wir jetzt einen Schluss oberhalb zu sehen bekommen und eventuell, dass dann der Impulsgeber für weiteres Momentum ist in den folgenden Stunden. Bevor wir ganz offiziell starten, natürlich der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse er solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann kostenlos auf xdb.com.de, eine Demo herunter und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich führein, ausgehend vom persönlichen Risikoprofil und dem Risikoprofil, was CFDFX Produkten inne wohnt, ob sich das für einen eignet, wenn man dafür sich mit Ja beantworten kann, hat man die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis, ganz besonders, finden sich auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, den Kundensupport zu kontaktieren für Fragen rund um die Kontoeröffnung, rund um das Produktgeschehen, CFDFX Produkte. Die stehen dort mit Rat und Tat zur Seite. Wichtig im Hinblick auf das, was ich jetzt präsentiere, es ist rein edukativ, es ist rein informativ, es ist keine Anlageempfehlung. Also das heißt, bevor man ein Trade eingeht, wie gesagt, erstelle man ein Risikoprofil für sich und dann sind sämtliche Trades in Eigenverantwortung entsprechend abzusetzen. Ich stelle gerne meine Expertise zur Verfügung. Man kann gerne mal auch Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, aber wie gesagt, im Hinblick eben auf das vollständige Geschehen, im Hinblick auf die persönliche Risikoneigung und dergleichen, kann ich eben kein vollumfängliches Bild abgeben. Wie gesagt, deswegen rein edukativ, rein informativ. xdb, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich hier in der Mitte aufgelistet. Alle Informationen darunter herum, xdb.com.de. Ein Grund, der dazu geführt haben dürfte, sicherlich die X-Station, die man gerne kostenlos auf der Webseite sich downloaden kann, dann den Handel testen. Und genau in diese X-Station wollen wir jetzt auch entsprechend schauen. Und ich habe hier Gold schon einmal auf Tagesbasis vorbereitet und wir können erkennen, immer noch die Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Da sieht man jetzt noch ein paar mehr Linien, die ich eingezeichnet habe, nämlich im Hinblick auf das jetzt abzuwarten Szenario. Vielleicht ist es auch nur ein Fehlausbruch gewesen. Also wir sehen jetzt, die sind von den Tageshoch schon wieder roundabout 4, 5 Dollar zurückgesetzt ungefähr. Aber übergeordnet kann man auf jeden Fall erkennen, wir haben eine Abwärtsstruktur etabliert. Und das jetzt schon seit nunmehr roundabout fast drei Monaten. Also das ist hier die Region Anfang Mai mit diesem kurzen Spike auf neue Allzeithochs, der dann allerdings sich als nicht nachhaltig herauskristallisiert hat, über Rollen und Abgabedruck. Wir sehen eine Abwärtsstruktur, die sich jetzt hier fortschreibt mit dem Unterschreiten der 1935. Genau da kommt die Signifikanz dieses Bereichs her. Und ein Bruch, ein kurzer Flasch unter die 1900er Region. Und jetzt eben eine zunehmende Tendenz, einen Boden gefunden zu haben, gegen den Bereich aufzudrehen. Und diese Abwärtstrendlinie, die eben entsprechend gebrochen wird. Und wo auch immer jetzt der Impuls gerade just in diesem Moment herkommt, er ist auf jeden Fall einmal da. Also das bedeutet, hier kann man auch sehen, wie sich dieses Szenario gerade meinerseits darstellt. Deswegen lasse ich das auch mal eingezeichnet. Also wir können sehen, wenn wir den Charts ein bisschen zusammenstauchen, dass wir hier jetzt just in diesem Moment einen Versuch starten, offensichtlich diesen Widerstandsbereich rauszunehmen. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, naja, reicht das wirklich schon aus? Konservativer, vielleicht ist es besser erstmal zu schauen, ob wir die 1940 auf Schlusskursbasis erobern können. Das hängt so ein bisschen vom Gusto des Traders ab, beziehungsweise von seiner persönlichen Risikoneigung vielleicht an dieser Stelle. Ich denke, es ist beides legitim, 935, 940. Auf jeden Fall muss das Ziel der Bullen sein, unabhängig davon, ob es dann die 935 und 940 wird, einen Schlusskurs oberhalb dieses Levels auf den Weg zu bringen, um zu zeigen, dass man willens ist, diesen Widerstandsbereich auch zurückzuerobern. Ich könnte mir vorstellen, vor dem Hintergrund, dass wir eben, und dann gehen wir mal kurz in den Kalender, erst morgen die Inflationszahlen veröffentlicht sehen. Also da sehen wir, ich habe den morgen schon angetappt. Dann sieht man hier unten Verbraucherpreisindex auf Jahressicht erwartet mit 3,1%. Ich finde, erstaunlich abgekühlte Inflationserwartung. Hier 4% im Vormonat, auch das fand ich schon extrem niedrig. Jetzt sind wir bei 3,1%. Wenn man sich das mal vor Augen führt, wo wir der Leitzins technisch halten, ist der FED stehen. Nach ihrer, auch jetzt Pausierung sicherlich, einerseits im Juni, aber dennoch, wir haben ein Leitzinsniveau aktuell, da will ich mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben ein Leitzins, Verzeihung, das ist ja falsch, das ist das richtige CME Watch Tool. Wir haben ein Leitzinsniveau aktuell von 500 bis 525 Basispunkten. Also das bedeutet, wird die Inflation morgen, die Verbraucherpreise, inkludierend eben Kraftstoff oder auch Lebensmittel, die als volatile Güter im Falle der Kerninflation rausgerechnet werden, darauf gleich noch ein kurzer Blick, werden diese oder wird diese Inflation bei 3% veröffentlicht. Dann liegen wir 200 Basispunkte mit dem aktuellen Leitzinsniveau oberhalb des aktuellen Inflationsgeschehens. Wenn ich das kombiniere, vor dem Hintergrund betrachte, der eher durchwachsenden konjunkturellen Aussicht, beziehungsweise der aufkommenden Fragen, auch im Hinblick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt beispielsweise, dann stellt sich zunehmend natürlich die Frage, sind weitere Zinsschritte? Bis Ende des Jahres erwartet der Markt, also jetzt schon eigentlich, man hat es gerade hier auf dem Juli am Tab gesehen, in zwei Wochen ungefähr, erwartet mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit nochmal 25 Basispunkte und dann allerdings ein Pausieren bis in den Jahresschluss hinein. Und selbst da muss ich gestehen, ich finde das recht restriktiv, ehrlich gesprochen. Und somit kann jede Enttäuschung, in Anführungsstrichen, hier vielleicht diese Spekulation am Leben halten und das wäre etwas, was wissend unsererseits, dass Gold und Zins negativ zueinander korreliert sind, also steigende Zinsen eher bearish für Gold wirken, das dann ausgehend von einer Inflationsveröffentlichung über der Erwartung, also sagen wir bei 3,3%, 3,4% beispielsweise, dass das dann dazu führt, dass Gold einschärfernden Rücksetzer von diesem potenziellen Ausbruchversuch hier auf der Oberseite zu sehen bekommt. Jetzt schon bereits sehen wir einen Rücksetzer, also potenzielles Stopphishing vielleicht, könnte dazu führen, dass wir nochmal eine Attacke auf der Unterseite sehen, dass wir nicht in der Lage sind, diese Widerstandsregion rauszunehmen und dass wir eher nochmal hier oben einen Short Trigger finden, der uns Richtung 1.900 dann sogar führt. Aber sollte es auf der Kehrseite gelingen, trotz dieser Entwicklungen, jetzt auch im Zinsmarkt bzw. im Hinblick auf die Makro-Events, sollte es gelingen, dass wir oberhalb von 1.935, 940 US-Dollar pro Feinunze schließen, dann scheint mir sehr wahrscheinlich, dass wir übergeordnet von einer Bodenbildungsphase sprechen dürfen, dass wir diese Abwärtstrendlinie nachhaltig gebrochen haben und dass das dann der Wegbereiter ist für weitere Aufschläge, die uns Richtung 1.970, vielleicht Richtung 2.000 US-Dollar pro Feinunze in den kommenden Tagen eben führen dürften. Soweit meine Gedanken zu Gold. Aktuell, wie gesagt, große Vorsicht im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dieser Bewegung, weil dünner Wirtschaftsdatenkalender wirklich das Schlüsselevent, das Key-Event der Woche, erst morgen mit den Inflationszahlen um 14.30 Uhr. bis dahin viel Wischiwaschi, viel Spikes, sowohl auf der Oberseite, eventuell auch auf der Unterseite, jetzt gerade just in diesem Moment auf der Oberseite potenziell interessant würde, ein Tagesschluss im Bereich der Tageshochs, konsolidieren oberhalb dieser Ausbruchregion, oberhalb von 9.35, 9.40, das würde interessant werden, dann morgen, da könnten wir den nächsten fundamentalen Trigger finden, der dann den Schub Richtung 9.70 bzw. Richtung der 2.000er Gefilde auf den Weg bringt. Soweit meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf, wir hören uns dann morgen wieder. hier gemeinsam zum Guten Morgen Börse mit XDB. Happy Trading, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.